Elia Stefanescu für GMP1 TV hier bei Integra FC 8 und Kurschett Kakor an meiner Seite, der sich wirklich zwei harte Partien geliefert hat, von Anfang bis Ende Gas gegeben. Lass uns vielleicht mit dem ersten Kampf starten. Wie hast du den ersten Kampf erlebt und wie zufrieden warst du mit ihm? Ja, also im ersten Kampf kam ein bisschen schwer heute in das Turnier rein. Wir sind in der Vorbereitung zu GMC. Da waren die Beine ein bisschen schwer, Arme waren ein bisschen schwer und wir haben natürlich ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt im ersten Kampf. Aber jetzt haben wir ihn noch mal wachgerüttelt. Trotzdem hat er ihn dominant gewonnen in den ersten Kampf. Also erste Runde, dann Ende der Runde in Ground and Bound noch zehn, 15 Sekunden Zeit gehabt. In der zweiten Runde war er die ganze Zeit natürlich oben, als er unten ankam. Und also ich war zufrieden mit seiner Leistung. Wir sind wie gesagt in der Vorbereitung zu GMC 16. Er wird dort seinen zweiten Probikampf bestreiten und das war ein sehr, sehr schweres Turnier heute. Sehr gute Jungs dabei und ja trotzdem Respekt an Kurschett. Der hat heute eine Bombenvorstellung abgegeben hier. Ja, Ante, auf jeden Fall. Hast du ein bisschen zu viel Rocky geguckt vielleicht im Film oder warum? Und du wolltest es ja wirklich wissen beim zweiten Kampf im Finale ging es hin und her, Deckung runter. Was ging dir da durch den Kopf? Nein, ich will einfach so, ich will so kämpfen. Aggressiv und ich habe gemacht, was ich konnte. Und der Gegner war stärker, hat gut geboxt, besser als ich und hat gewonnen. Also du willst glaube ich den Fans eine Show bieten. Das hast du definitiv geschafft. Am Ende gut, er hat dich erwischt, aber so ist das im Sport. Und warst du verletzt oder nur so leicht angeschlagen? Und geht es dir inzwischen wieder? Okay, fragen wir mal so rum. Alles gut. Alles gut. Das heißt für GMC bist du ready? Da gibt es keine Probleme dann? Keine Probleme. Ich bin bereit. Alles gut. Okay, hervorragend. Ja, alles ist gut. Vielleicht nochmal Dennis an dich. Abschließend die Frage in den Vorbereitungen jetzt. GMC am 16. Dezember ist ja nicht mehr so lang. Was habt ihr noch so vor? Vielleicht speziell für ihn. Und gibt es vielleicht noch irgendwas, was du uns jetzt noch ankündigen kannst oder was dir gerade durch den Kopf geht beziehungs- bezüglich GMC? Ja, also erstmal zu kurz. Das ist ein Kämpfer irgendwie, wie Zuschauer ihn lieben. Also Rocky war genau das richtige Stichwort. Deckung hält er nicht von viel. Sieht man auch an seinem Auge. Das ist ihr Geben und Nehmen. Das war auf Messers Schneide. Er hat so einen Kampfstil. Also da ist immer Sekt oder Seltas. Hat man auch bei GMC 13, wo er seinen ersten Kampf hatte, auch gesehen. GMC 12. In seinem ersten Kampf gegen einmal Sultani. Da ging das hin und her. Spektakulärer Kämpfer. Also guter Stand-Upper. Und das ist das, was wir für GMC brauchen. Und unserer jetzigen Fight Card haben wir natürlich wieder auch versucht, so das Feld den Stand-Uppern zu überlassen. Ich denke mal, die Zuschauer sind Freunde von guten Stand-Uppern und sowie Profis als auch Amateuren. Ja, für GMC 13 haben wir noch ein paar Überraschungen. Eins werden wir diese Woche noch verkünden. Und dann reicht das auch. Dann haben wir erstmal 18 Kämpfe und die Zuschauer können sich auf ein Feuerwerk gefasst machen. Weil Düsseldorf, das muss krachen, das muss knallen. Da ist, wir sind das erste Mal da. Das soll ein unvergesslicher Abend werden für die Zuschauer. Und auch unvergessliche Fight Card für GMC eben. Ja, ich danke euch. Hier in Wittlich jetzt besonders, denke ich mal den Zuschauern bisher. Jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Machst du weiter, vielleicht noch ein bisschen mit mehr Deckung und dann sehen wir dich in der neuen Version sozusagen dann bei GMC. Danke dir. Dankeschön. Ja, natürlich mache ich weiter. Ich werde mehr trainieren, besser werden. Ja. Wir freuen uns drauf. Danke. Dankeschön. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.